Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT Wir machen mal TTT mal wieder So Die letzte Runde TTT war ja Sagen wir mal nicht ganz so erfolgreich mit Twitter Da sind wir auf dem Leuchtturm Ein bisschen haben da versagt Welche machen wir das besser? Hoffentlich Schlacht ich den hier Schade Schon wieder neu Gehen wir ihm rein Bitte nicht Gott sei Dank Ich finde das immer so geil Die Schlägerei beginnt wieder Bis einer tot ist Ey 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 Wieso gehen wir eigentlich nicht alle Tester Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Sicher Ich bin dabei Ich bin dabei lol ich weiß halt nicht, ob der Indoor ist soll ich mal gucken wusste ich ja wusste ich ich wusste es ich hätte ihn einfach runterschlagen sollen ja jetzt geht das hier ja schade den gehen wir einfach wieder in die nächste Runde und so macht das natürlich auch ganz wieder Spaß äh wenn mich natürlich auch wieder Leute erkennen und so das ist doch cool was ist HF halte die Fresse oha ist einfach Mod ich will den Screen machen komm ich will den Screen kommen ja sehr gut oh ich bin Detective danke jetzt habe ich einen Screen mit einem Mod äh wir sind zusammen Mods äh Mods mh es wäre schön wäre es wenn ich ein Mod wäre ähm die Teig-Tipps meine ich gut hey du gehst hier mal runter her so wir sind die Anführer ich muss der auch runter genau hallo YouTube ist ein Bigger ok ok what da ihr seht wie verstaunt ich gerade bin Ah, schade. Ich weiß aber nicht, ob alle vier, äh, ob alle drei Traitor sind. Hm, das ist immer eine gute Frage. Gestern noch zwei. Also drei. Wo sind denn die anderen? Der ist hier. Der ist unten. Ja, ich verfug ihn hier mal. Das ist echt spannend. Oh, jetzt kommt der hoch. Oh, jaja, jetzt wird's spannend. Oh, jetzt noch ein Traitor, ein Traitor noch. Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Komm, 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 du schaffst es. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lass natürlich ein Like, ein Abo, ein Abo, ein Kommentar, wenn ihr wollt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.